dass man auch online gut arbeiten kann okay wo ist da die neuigkeit wo ist da die dings aber scheinbar gibt es genug die die so quasi noch immer nicht digital oder online oder wie auch immer man das bezeichnen möchte gearbeitet haben cooles thema wieso nicht ja prinzipiell ist ja 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 ich habe mich jedem schon mehr an oder wie sagt man erwärmen können als vielleicht noch am anfang ja ich finde ich finde ja das spannende dann ist dass man dass man macht oder dass man als konzept hat dass man sagt man macht rein online coaching und mentoring und sowas was ja noch mal was ganz anderes ist wenn du sagst du ja okay einen teil mache ich offline weil man die weil es einfach geografisch und so passt du kannst die leute treffen und ein teil macht halt online weil es was sie einfacher ist und anführungsstrichen flexibler ist aber es ja eigentlich ein cooles konzept zu sagen hey wir machen nur online und du sagst halt nur die benefits davon wir können es machen wann wir wollen du kannst dich auf die karte setzen mit einem ipad du kannst dich hin hocken das vollkommen egal in welcher art und weise das macht und ich glaube es ist immer diese flexibilität von von einfach diese online flexibilität wurde auch zeitlich einfach so anders aufgebaut bist als wenn du jetzt irgendwie live machen müsstest wo ich jetzt sagen muss dass das coaching was ich jetzt quasi abgeschlossen habe war war halt nur wieder analog und live das wieder das ist so ein anderes gefühl auch wenn du auch parallel quasi online machst wo du einfach diesen bildschirm hast und du machst halt genau die gleichen sachen aber das einfach den bildschirm und jetzt mit dem mit dem quasi analog coaching hast du auf einmal komplett andere settings letztens waren wir in einem restaurant einfach für zwei stunden dann waren wir davor quasi da im garten zwei stunden dann waren wir letztens quasi hier im office quasi in einem wieder normalen setting mit dem wie couch und richtigen sessel sitzen aber ich kann ähnliches sagen wir haben die gruppe die ich mache die war ja auch immer online und also nicht vergangenen die lauf der dafür bisschen veränderung wieder mal aber und jetzt haben wir gesagt nein es ist sommer wir haben uns alle schon ewigkeiten nicht gesehen lassen sie doch nach krems fahren und dorthin fahren weil weil warum nicht eine wohnt dort und für die war sind die kompliziert mit betreuungspflichten und so und und haben einen wunderbaren raum gefunden und haben uns dort getroffen jeweils war unkompliziert weil auf einmal die die sitzen so der eine sitzt und dort die andere sitzt dort wer sitzt dort wieder wer sitzt ganz drüben und und du möchtest irgendwie so während du halt weiß nicht so eine kleine intro sprichst oder so möchtest du irgendwie alle so ein bisschen anschauen und auf einmal so wenn du da drüben anschaust dann kannst du auf einmal da drüben gar nicht sehen weißt du und das war so so die keine ahnung so lustige basics irgendwie fehlen dann oder fehlen ja was war so so normalerweise dann ist es so da links und da wer und dort wer und da wer und da wer da kann ich immer alle anschauen und und sehe immer alles und ich habe mir dann gedacht und das ist vielleicht auch ein witziger unterschied oder weil die leute sagen oft so online wie wie ja da kann ich ja irgendwie das nicht sehen nicht spüren nicht hin und her und also also ich kann hundertmal mehr sehen von ich meine okay wenn sie irgendwann mal 25 leute werden dann geht es nicht aber aber bis dorthin wenn das so fünf sechs sieben acht leute sind das kann ich hundertmal besser auf meinem bildschirm alle im blick haben also wenn die irgendwo so im raum verteilt sind so dass ich überhaupt nicht eine chance habe die gleichzeitig im bild zu haben wenn ich mich da drüben wohin konzentriert dann sehe ich nicht einmal mehr aus dem augenwinkel was auf der anderen seite passiert und was ich da auch so eigentlich so spannend finde als was ein bisschen den den positiven aspekt des ganzen noch mal herausheben ist dass dass du kannst du das engagement in in rein online wenn du sinnvoll machst trotzdem hoch halten und damit ist wieder genau was du jetzt gesagt dass nämlich du siehst quasi alle gleichzeitig und wenn du ein entsprechendes engagement hast und in seiner gruppe ist das ja relativ ich sage es unter anfangs streichen einfach machbar weil eine intro oder in einer in einer quasi spiegelungsrunde die du vielleicht am anfang machst und um eben diese aktivität zu generieren müssen alle was sie da präsent sein aber ich habe mir das nämlich gar zuvor gestellt dass wenn du wirklich einen tisch hast der von der form her einfach nicht passt für eine gruppe wo du halt diesen aktiven austausch brauchst und dann muss ich halt die ganze zeit zu drehen wenn du aber die ganze gruppe adressiert und du fragst dich dann aber habe ich jetzt ich kann mir nicht die ganze zeit so schwenken und da ist ja trotzdem anders das engagement zu generieren für die person die dann links von dir sitzt ja einfach woanders hinschaust ja das ist irgendwie so ja ja was ich mir auch denkt du hast irgendwie auch viel mehr gleichberechtigung eigentlich in diesem in diesem setting von wir haben da ein paar kasteln und kacheln oder was auch immer vor uns es ist rund um den tisch so wie du es gerade gesagt hast da kann sind wir sein dafür du hast vielleicht einen quasi schlechten platz ja weil wo wo dich irgendwie keiner sieht oder du musst halt überhaupt eben im rahmen der gruppe halt es schaffen quasi dich zu wort zu melden hin und her wenn einfach jeder aus seinem kleinen kästchen da hinaus schaut in die welt dann ist das eigentlich viel viel einfacher aber auch gleichberechtigter ja das ist so das wort irgendwie also ich finde das ja es gibt echt einen haufen vorteile auch wenn man wenn man sachen online macht ja andererseits andererseits weil ich jetzt wieder dann gedacht habe dass es einfach das ist gruppen ist finde ich eine viel komplexere geschichte weil ich könnte das jetzt nicht könnte nicht sagen dass wenn ich meine die online sessions mit den mit den analog live sessions vergleiche dass die gleich sind was also natürlich klar dass es nicht gleich ist weil das eine ist einfach nur ein screen und du hast einfach komplett anderes setup aber wenn ich jetzt dann denke wie du wie du diese diese tiefe erreichst was ja ich möchte sagen natürlich ein bisschen abhängig von dem ziel oder von dem von dem setting das du verfolgst wenn das ein 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 coaching ist das eine ganz bestimmte richtung hat da muss jetzt diese tiefe nicht so gegeben sein sage ich jetzt mal sehr grob ja klar muss eine 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 beziehung seine soziale tiefe muss natürlich schon da sein aber du kannst quasi auch relativ gut mit einem screen arbeiten wo du einfach nicht diese nähe spürst weil du halt glaubst du dass du mehr tiefe zusammenbekommst in echt ja aber ich sage eben ich ich sage eben der kontext ist vom coaching glaube ich entscheidend weil also es ist wieder dass das das jetzige coaching was bei mir quasi analog war das war halt ein das war kein 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 leadership coaching sondern das war im endeffekt ein live coaching ein persönlichkeitsentwicklungs coaching wurde natürlich ein ganz anderes level brauchst weil du ja halt sehr tief quasi charakterlich mit der person arbeit ist wenn wir jetzt aber davon ausgehen was man in einem führungskräfte coaching macht dann hast du quasi ein ein ziel dass du halt anders formuliert wo du viel mehr methodisch vorangehen kannst und du reflektierst ja ganz anders und in dem kontext würde ich sagen dass schon ein unterschied ist ja ich glaube es ist sicher ein unterschied ich bin noch nicht immer sicher also ich habe es am anfang auch irgendwie gespürt kann mich erinnern dass es sich nicht so so deep oder wie auch immer man das sagen möchte quasi angefühlt hat überlege jetzt gerade ob ich das noch immer behaupten kann aber ich meine es ist gut dass du so fragst weil trotzdem ist wieder das andere was nur online ist das ist quasi mehr wieder ein mentoring mit auch was ist mehr so karriere aspekten dort geht das auch sehr gut aber aber zugegeben da als quasi wie sagt man caveat dazu ist dass das je länger du das machst desto besser wird es natürlich mit dieser tiefe jetzt bist du auch schon ein jahr dran und da hast du dann einfach eine ganz andere quasi zusammenarbeit entwickelt selbst wenn es nur über einen screen ist ja ja ich glaube auch und ich glaube interessanterweise glaubt es ja eben und und auch da behaupten also das war am anfang sie reden so von corona war so naja aber das machst du halt mit leuten die du schon vorher gearbeitet hast und und man kennt sich schon und dann geht das online halt auch und so und da würde ich sagen da nicht böse sein dass das ist das stimmt so einfach nicht ja du kannst genauso leute die du noch nie in deinem leben gesehen hast auf die art und weise kennenlernen ja ich meine ich finde es so lustig weil ich meine wenn du schaust ich meine da kann man sich jetzt darüber streiten wie gut das funktioniert oder nicht aber ich meine online dating etc ich meine da lässt sich unter anfangs reichen nur online kennen ja und wieso soll das jetzt auf einmal auf so einer ebene gar nicht gehen also wüsste ich eigentlich ja auch kaum gründe ja und nicht nur das sondern ganz ja auch und das haben wir glaube ich alle mittlerweile gerade über die letzten jahre mehr und mehr gemacht ist ja in der remote arbeit also die meisten von unseren teams haben irgendwo remote menschen sitzen die halt komplett woanders sind also jetzt quasi dass das aktuelle projekt wird schon länger dann sind ist halt australien und irgendwie england und dann ist so dass du weißt du wirst die menschen quasi nie treffen in so einem normalen so hey lass uns ein projekt dafür machen sondern das müssen wir wenn dann müssen wir das halt riesig planen mit den vier monaten voraus wo irgendeine gemeinsame konferenz ist dann fliegt der eine zum anderen und dann kann man dort sich treffen aber an sich ist es überhaupt kein thema zu sagen hey wir wir arbeiten super eng zusammen und das ist es ist quasi klar dass wir jetzt nur den screen haben und halt asynchron vielleicht unsere chats machen und absprachen machen und das kennenlernen war auch nur über den screen und da könnte man nicht sagen dass es jetzt viel schlechter als wenn wir uns quasi live getroffen hätten und ja gehen wir gehen wir mal essen und dann schauen wir was passiert das ist auch ja ich habe da genau dasselbe gerade letztens wieder gehört nämlich aus dem konzern sozusagen also da stellt sich ja teilweise gar nicht die frage ob wir remote arbeiten ja okay wenn du jetzt sind wie nur eine filiale in wien hast dann dann stellt sich diese frage ein bisschen ja so ja naja das wäre jetzt toll wenn alle ins office kommen und dann sind wir da dort wenn du auf einmal zumindest eine niederlassung in wien hast und eine in berlin hast und eine in schlagen nicht dort hast dann stellt sich diese frage ja schon gar nicht mehr weil willst du jedes mal wenn du irgendwas besprichst willst du dich dann ins flugzeug oder in den zug setzen und dort hinfahren nein natürlich nicht du machst es remote und noch vor okay vor zugegeben vor corona hat man viel zu viele sachen also jetzt rede ich so unternehmensberatung oder so oder mein vertrieb ist noch immer so ein bisschen aber die die argumentieren halt über die beziehung und so sind viel zu viele sachen vor ort gewesen um hinzufliegen ja und und wie gesagt denn ich meine intern haben es wahrscheinlich damals schon weniger leute gemacht vielleicht hat uns noch ein bisschen anders genannt und so aber ich meine du bist ja nicht für jede dämliche besprechung die es irgendwo gibt die dich hinsetzen und dann hat mir mein papa schon vor ich weiß ich zehn jahren erzählt wie super mühsam das war vier stunden nach innsbruck fahren dort zwei stunden in die besprechung machen wieder vier stunden aus innsbruck zurückzufahren und nachher bis hin ja was mir da einfällt nämlich zwei dinge quasi zu verbinden die wir wo wir jeweils quasi unterschiedliche meinungen zu sowas wie team building zum beispiel haben weil das sind ja gerade wenn man so von von größeren dingen spricht von remote sachen dann geht es ja oft um teams wo diese schwierigkeiten auftauchen weil ich sage wenn man jetzt vom vom coaching spricht dort dort gehst du mit einer prämisse rein dass du sowieso andere beziehungen aufbaust und da würde ich jetzt noch mal dass was wir vorhin gesagt haben eigentlich als als kontext sagen dass das dass man da vielleicht ein bisschen zu einfach sagen dass es kein problem ist alles über ein screen zu machen ohne zu erwähnen dass ja man geht in ein coaching und ein mentoring mit der prämisse dass man sowieso beziehungen aufbaut und ich glaube dann geht es wieder einfacher als wenn ich jetzt sage hey wir treffen uns einfach virtuell und dann schauen wir was passiert was ja bei teams dann wieder anders ist weil bei teams arbeitet halt jeder an seinem lustigen ding und dann musst du aber trotzdem auch zusammenarbeiten können was ich nicht bei teams so dass es auch da ein bisschen damit zu tun hat wie arbeitet das team wenn das team ich sage jetzt irgendwas in der sozialarbeit eine wohngemeinschaft von von jugendlichen mit irgendwas ja wenn die die ganzen tag und immer vor ort live real was auch immer arbeiten ja wieso willst du dann diese was ich eine team supervision oder team building oder was auch immer wieso soll das auf einmal dann online sein ja ich meine es gibt vielleicht so detail aspekte wie okay ein paar sind vielleicht gerade in der wg und der rest weil das ein schichtplan ist der rest hat frei und ist zu hause und vielleicht uns ist die dann leichter zum zum synken also zum gemeinsamen termin stattfinden okay das wäre vielleicht ein grund aber ansonsten würde es halt irgendwie sinn machen wenn die sowieso die ganze zeit echt zusammenarbeiten dass die halt dann dort auch das in echt machen und da aber perfekte überleitung weil was ich nämlich eigentlich sagen wollte ist ja das was bei uns schon bei uns beiden zumindest seit jahren ja immer so ein diskussionsthema war was team building angeht wo ich ja immer gesagt habe ich brauche keine extra events die die unter der überschrift und anführungszeichen team building laufen weil nämlich genau das argument was die jetzt gesagt hast hey ich mache was sie schwierige und harte sachen regelmäßig zusammen als team ob das jetzt quasi live oder rasen oder asynchron ist ja vollkommen egal aber ich mache was sie dinge zusammen wo ich vertrauen aufbaue wo ich quasi verantwortung übernehmen wo ich ein gemeinsames ziel verfolge dann wächst das automatisch aber weil du es jetzt vorhin gesagt dass mit dem dass sich das irgendwie so verändert hat dass das früher war das mehr oder weniger klar dass man mal vier stunden fährt für irgendeinen komischen team termin was ich aber wieder irgendwie cooler finde vielleicht auch durch corona oder vielleicht dadurch dass es einfach mehr remote teams gibt so an sich europäisch vielleicht dass es schon noch cool ist wenn man sagt jedes jahr oder vor allem erst zweimal im jahr machst du einen ein gemeinsames team event im sommer oder im winter wo man klassisch ein weihnachtsfest oder irgendein erntetankfest und irgendeinen blödsinn halt macht ist ja vollkommen egal wann du spetitelst oder wie du spetitelst aber du sagst einfach hey lass uns eben alle gemeinsam nach insbruck fahrt zum beispiel ist ja vor ist ja eben das ist ja das spannende würde ich jetzt argumentieren dass es egal ist sogar wo du dich triffst weil du weil es darum dann das gemeinsame bisschen abenteuer geht dass du sagst ja lass uns irgendwo einfach ein wörtersee treffen und ob ich jetzt aus irgendwie hamburg hinkomme oder berlin oder einfach nur aus wien runter fahr ist eigentlich egal dass uns dort für eine woche zusammenkommen oder halt ein paar tage so wie ihr das hier gemacht habt ihr habt ja irgendwie paar tage in der natur gehabt wo wo ich glaube da haben wir auch darüber gesprochen da gab es schon quasi programm und so aber sowas ist voll cool dass du ein remote team sagst einmal im jahr triffst dich bist in einem anderen umfeld und das funktioniert und das in kombination ist ja noch cooler finde ich ja 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 das war cool das eine ich weiß es gar nicht ob ich es hundertprozentig im kopf habe da waren wir zwei tage glaube ich komplett programmlos jetzt im sinn von es ist gerade schon programm gegeben aber aber nicht jetzt irgendwie business kontext lass es mich so sagen also es war wirklich mehr keine ahnung wir gehen auf irgendeine burg und schauen uns irgendwas an aber nicht irgendwie wir sprechen über die ziele für das nächste quartal oder noch 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 mehr business oder technisch sachen ja ich meine witzig du hast gesagt das ist eine ewige diskussion zwischen uns und ja stimmt während du es erzählst geht es mir sofort dass ich mir denke ich sage ah na aber irgendwie schon voll wichtig dass die leute irgendwie nicht zaufen gehen aber dass sie sich nach der arbeit noch irgendwie zusammenbleiben und irgendwas tun gemeinsam ja es ist es ist total witzig ja ich finde das thema immer immer spannend ja es ist es ich habe oder oder es ist nicht hart genug so quasi was wir tun das könnte auch sein ja das hast du auch irgendwie in der beratung doch eher vielleicht weil weil die stunden länger sind und und gemeinsamer und und irgendwie so mehr dieses wir gegen die vielleicht entsteht so so wie du um das vielleicht auch ein bisschen in perspektive zu setzen vorher vom football training im wesentlichen gesprochen hast ja oder deswegen sage ich ja für mich ist ja der wesentliche der entscheidende punkt bei dem und das ist wahrscheinlich der größte punkt den man quasi einfach durchdenken muss ist die die schwierigkeit der aufgabe die man als team gemeinsam löst ist quasi proportional oder gegen proportional zu dem wie viel zusätzliches team building man braucht ich glaube das wäre meine neue theorie dass ich sage wenn du wenn du super harte schwierige sachen lösen muss gemeinsam als team nehmen wir als beispiel sowas wie football wo wo man entweder auf eine eine meisterschaft vorbereitet oder auf einzelne spiele da musst du halt jetzt nicht unbedingt dann noch irgendwie lustig einen einen ausflug gemeinsam machen weil du halt sechs wochen quasi harte arbeit einsteckst damit du halt diese spiele schaffst aber die anderen sachen würde ich da würde ich wieder in die diskussion einsteigen und sagen ja stimmt wenn die aufgaben nicht quasi lebensbedrohlich sind wenn man das jetzt sehr grob zeigt dass es dann in den kontext schon massiv ändert für was ist soziales zusammen soziales gefüge ja ich finde doch das gibt so diesen unterschied du steckst in der arbeit und du hast da irgendwelche sachen und dann irgendwie über sich bleibst du noch irgendwie länger sitzen und und dann ja redest du über andere sachen und das das löst irgendwie was anderes aus sondern das erweitert irgendwie auch die das verständnis füreinander und vielleicht liegt es einfach nur daran dass man sich halt besser kennen lernt und da anführungszeichen aber das ist ja wieder da würde ich aber sagen das ist ja nicht eine eine geplante koordinierte aktion sondern das ist ja ein informelles wo du einfach länger bleibst ja das ist aber auch wieder was ganz anderes würde ich fast sagen informell neben der arbeit noch irgendwie länger bleiben und essen gehen ich glaube das gehört so oder so dazu weil es ja einfach so eine menschliche sache ist dass du halt mal deinen kollegen mit dem ich gut verstehst in der arbeit halt fragst hast du lust irgendwie essen zu gehen ohne dass jetzt irgendwie der chef sagt so hey könnt ihr beiden bitte mal essen gehen oder zwei finden sich wirklich okay ja kann ich mich erinnern das war lustig ist ja mein chef hat gesagt wir zwei sollten mal essen gehen miteinander bis auch dafür so okay aber das ist wie komisch das bin ich wieder das finde ich wieder ein komplett neues konzept mit so essensmatching dann im team so hey okay jetzt mal ihr beide nächstes monat andersrum und dann alle fragen sich so aber wieso also was ist wieso sollte ich das machen klingt super overingeniert irgendwie ja schon das ist ja das ist eine neue form des micromanaging im team management team micromanagement du sagst allen wann sie informell essen gehen sollen mit dem kollegen ja das ist ja lustig da fällt mir übrigens ein aber letztens schon ein bisschen darüber gesprochen weil es mich ein bisschen an remote leader erinnert unser kleines projektchen wo man ja am ende des tages fragen als als icebreaker auf der einen seite aber auch fragen für team building und und kennenlernen und und alles mögliche onboarding machen und jetzt haben wir in der firma integriert dieses ohne werbung aber trotzdem ein kleiner plug culture amp oder irgendwie so nennt sich diese software und ich habe da ein paar von diesen fragestellungen und antworten dazu gezeigt und ich fand es eigentlich schon super spannend muss ich sagen weil es sagt immer das baut ein bisschen darauf auf also das weiß eine mitarbeiter befragung so quasi das ist jetzt noch nicht irgendwie wo man sagt wow wahnsinn also da hat jetzt wer wirklich was bewiesen wie orga ist aber aber der punkt ist halt wie immer ich meine du kriegst halt dann dein feedback ja und 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 du kannst und und feedback ist halt und das ist glaube ich der punkt wo ich jetzt gerade hin möchte feedback ist halt so wichtig in all dem was du da tust als 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 führung und als als wo sind wir da und wo gehen wir da hin und so ich meine du kannst dir die welt halt schon schön reden und und auch durchaus lang und blumig und farbig und ich weiß nicht was die 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 scheuklappen einfach immer zumachen ja richtig und 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 ich meine du du kennst das auch ja in solchen situationen in solchen wie sagt man organisationen ist denn die chance dass so eine umfrage um die ecke kommt eh super klein ja weil da würde keiner auf die idee kommen dass man sowas mal tun könnte und 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 gerade dann wenn man sich sozusagen ich meine sehr traurig eigentlich dass man von trauen spricht wenn man sich traut so eine umfrage ins leben zu rufen super geil und ja ich meine klar dann kann es an der einen oder anderen ecke halt ein bisschen wehtun ja es ist genau dieses ich meine dieses trauen ist ja so ein irgendwie zentraler punkt bei sowas weil weil ich glaube das haben auch alle schon mal irgendwie in irgendeiner art und weise die erfahrung gemacht dass man so team entwicklung halt quasi in einem meeting als organisationsentwicklung punkt macht und kann man sagen was man will das ist nicht das gleiche level an quasi basis information wie wenn du eine eine anonyme befragung machst mit schwierigen fragen die eben wie du sagst wehtun können und das ist irgendwie so ich meine es ist es ist voll nett und so wenn man sagt thema macht versucht organisationsentwicklung mit dem team gemeinsam wo wo ich auch voll dabei bin weil ganz so partizipative organisationsentwicklung ist ja ein ein zu moderner trend eigentlich der irgendwie sehr spät erst begonnen hat sich zu entwickeln der aber super wichtig ist weil es auch dieses ganze das empowerment das vertrauen innerhalb von teams bei remote teams ist das noch wichtiger das ist quasi alles wichtig aber aber wenn du das halt nicht irgendwie mal anonym machst sondern versuchst es nur live sozusagen zu machen ist ja sagen wir doch was du denkst oder hier ist eine offene frage genau genau und das ist ich würde fast argumentieren dass es keine keine team kultur wo es sinn macht die art von offenheit in der gruppe zu verlangen in einem team meeting das das ist einfach unrealistisch und da tust du deinen mitarbeitern nichts gutes wenn du das sie an den pranger stellen möchtest weil selbst wenn das einer macht oder eine es ist ich meine das ist eine massive überwindung die wahrscheinlich kein mensch so richtig schafft und und wer weiß was dann hinten dabei rauskommt ja das ist der punkt ich meine du hast einfach die die chance also auf revanche falls oder ich weiß nicht was ist einfach komplett riesig und warum würde man dich meinen dass irgendein mitarbeiter bereit ist sozusagen da so ins risiko zu gehen für weiß man nicht für was ja vielleicht für kurz vor gar nichts ungefähr weil was ist sein benefit ja immer ja es könnte sich ein bisschen was ändern aber aber die chance dass jetzt drei leute beleidigt sind deswegen ist einfach riesengroß und dann ja eh hat er nichts davon als 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 reinbringer und ja ja voll geil also finde ich finde ich echt super und ich meine das heißt ja nicht also ich glaube es hat eh niemand so verstanden aber es heißt ja nicht dass man jetzt irgendwie keine retros mehr oder so machen soll wo irgendwie im team und und ich meine das ist vielleicht ein bisschen der unterschied es ist relativ schwierig wenn du mal gewachsen ja wenn du irgendwie eine kleine bude bist mit mit fünf leuten oder so dann kann sich einfach mal gleich zusammensetzen und und über ein paar punkte einfach sprechen einfach eben das was ja natürlich oft sagen also über offenheit und und ehrlichkeit und so klar ja ich meine einfach mal zu sagen hey ich würde es gut finden dass wir mal einen prozess auf der ecke ausprobieren der vielleicht ein bisschen anders ist jetzt haben wir es ausprobiert übrigens ich bin drauf gekommen das war doch nichts lassen wir es wieder und also diese art von offenheit aber wenn du auf einmal man das das merkt man das fängt über vielleicht bei 30 noch nicht aber bei 50 schon ziemlich sicher und bei 100 dann garantiert und bei 500 sowieso du bist einfach in so einer größe dann drinnen erstens du kannst nicht ein all hands meeting machen ja kannst schon aber das ist halt eine eindimensionale präsentation einer steht vorne und redet drüber ja sicher mit mit lustigen tools die es heutzutage gibt via handy kann man natürlich diverse back kanäle aufmachen und ich sage ja nicht dass man das nicht nutzen soll aber aber es ist halt du bist halt eingeschränkt an den möglichkeiten einfach und ja dann ist halt so eine nette befragung und wie gesagt ich mag keine werbung für die machen aber die war richtig gut gemacht ich habe noch selten gesehen dass wer das so schön gelöst hat mit den kennst du das grundproblem von jeder umfrage ist ja dass die leute so gerne in der mitte ankreuzen da gibt es ja auch die grundidee mach nie irgendwie was die ungerade zahlen weil dann hast du eine mitte und so hin und ja die haben das so gelöst die haben riesengroße bällchen außen dann kleinere in der mitte und einen ganz kleinen innen und das ist irgendwie richtig ein ungutes gefühl in die mitte reinzudrücken weil das ist irgendwie so und fand ich voll voll cool war einfach so ein kleiner trick irgendwie um und ich mein saulustig oder da muss irgendwer um die ecke kommen im 2023 oder wann auch immer sie das zum ersten mal so gemacht haben und 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 revolutioniert quasi ich weiß nicht 80 jahre fragebogen design so so mir nix dir nix also sowas finde ich immer faszinierend und was ist eine zweite frage die ich dir auf der ecke stellen wollt jetzt sind wir quasi da auf der ecke ein motiviertes start-up und hin und her und super leute und alles toll und dann machst du diese umfrage und verstehe die wird dann im all hands meeting so quasi gesagt hey es wäre super wir haben das jetzt neu gemacht wäre super wenn ihr da mitmacht und hin und her dann 15 erinnerungen da und dort jeder weiß dass das original fünf minuten zum durchklicken braucht und hin und her und dann schaffst du es mit acht und krach dass 80 prozent mitmachen bei sowas und meine frage wäre jetzt findest du das gut 80 prozent ich bin enttäuscht über 80 prozent das ist echt hoch also es ist für so standard umfang das ist ja keine standard umfrage naja aber mit standard meine ich quasi nimm eine gruppe nimm ein team nimm irgendeine kohorte selbst von menschen die quasi in einem rahmen zusammen sind 80 ist super hoch also das ist echt gut aber was ja was mir noch eingefallen ist aber ich denke mir dann wer sind die ich denke mir dann wer sind die sieben karschberl die die nicht mitgemacht haben denken sich die haben sie dann wirklich vergessen nach nach siebzehnten wiederholung wurde nur auf einen klick drauf klicken musst wo du quasi was ich meine der drei zentimeter neben dort ist wo du eh den ganzen tag bist oder oder sagen die nah so ein scheiß mache ich sicher nicht mit ja das ist wahrscheinlich die andere frage mit wie woran liegt es dass man das nicht schafft zu machen wenn man nur fünf minuten also wenn man weiß dass nur fünf minuten dauert und aber aber ich würde fast sagen dass es das ja allein schon die zahl dass man dann sagen kann jetzt mal 80 prozent hilft schon in zukunft dass es noch mehr prozent werden wenn du jetzt bei 50 wärst dann würden sich die 50 das nicht gemacht haben genauso denken wenn sie nur die hälfte machen dann ist es mir ja vollkommen egal ob ich da jetzt teilnehmer oder nicht aber das spannende ist ja genau die zahlen die du jetzt gesagt hast wenn wir davon ausgehen dass ein team mit 50 menschen wenn du dort hast irgendwie 80 prozent dann wird halt die zahl schon schrumpf entkleinend die halt diese 20 prozent sind die das nicht gemacht haben und dann wenn das dann irgendwie psychologisch mal beginnt zu wirken mit bin ich bin einer von diesen handvoll hanseln die das nicht gemacht haben dann dann ist der druck schon ein ganz anderer und immer die zwei sachen die die ja quasi bei sowas das allerbeste sind ist du du hast halt du hast halt echt die möglichkeit eben weil man schon partizipative organisationsentwicklung gesagt haben zum beispiel du hast echt die möglichkeit dein feedback sinnvoll anzubringen das ist schon so viel wert im kontext von das was du auch schon gesagt hast die die einfach diese diese möglichkeit aufzumachen dass man was sagen kann das ist ja schon so viel wert glaube ich dass man da irgendwie gar nicht darüber irgendwie weiter nachdenken muss weil es halt schon cool ist dass es sowas gibt so hey wir machen eine befragung wollen überhaupt wissen was der sache ist und weil es einfach diese diese kultur oder diese stimmung halt einfängt und irgendwie ist ja das das wichtigste du willst ja nicht irgendwie detailfragen stellen mit ja wie ist für dich wie ist dein montag wie ist dein montag nachmittag finde findest du den montagnachmittag müssen wir meeting technisch anders planen sondern willst halt ebenso kulturelle fragen auf die du halt reagieren kannst wenn alle sagen so hey wir bekommen zu viel informationen anfang des quartals oder halt zu wenige und kommen nicht ins arbeiten dann ist das eine super wichtige info wo du sagen kannst okay dann müssen wir da quasi strategisch anders in die kommunikation gehen das ist ja super ja ja voll und ich meine ich denke mir auch also wenn ich nicht mitgemacht hätte ich werde dann eigentlich uhr angefressen glaube ich wenn ich oder enttäuscht oder wenn auch immer wenn ich dann wird dann darüber geredet und hin und her dann werden es halt so auswerte slides gezeigt so da sind wir besonders gut und da sind wir nicht so gut und so und dann und und dann ist dein deine dein vote ist halt nie drinnen und dann denke ich also ah damit das nächste mal sollte ich vielleicht mitmachen das wäre also denke ich mir dann schon dass das hoffentlich bei den leuten ankommt und was cool ist wenn das so eine halt so neumodisch ist also nicht irgendwie wie sieht das der einen Forschungsinstitut und das macht das bla bla sondern irgendwie so neumodisch dann ist halt schon cool du kriegst bei fast allen also ich weiß nicht ob die frage von wem die fragen kamen oder kommen das weiß ich jetzt gar nicht so aber zum beispiel bei der frage wie viele haben mitgemacht kriegst du einfach anonymisiert natürlich mit bei unserer firma haben x prozent mitgemacht und im schnitt haben aber zwischen 70 und 95 prozent mitgemacht oder irgendwie so also du kriegst so verschiedenste bandbreiten mit und das ist eigentlich schon ziemlich cool bei so einem tool dass du dass dort nicht nur in deiner eigenen suppe kochst sondern dass du auch mitkriegst was passiert bei den anderen und auch bei dem im fragebogen selber kriegst du dann eine auswertung und da steht dann du hast angekreuzt du findest das sehr gut und und dann siehst du irgendwie so 80 prozent haben angekreuzt super nicht lauernd und also das ist schon 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 extrem spannend weil du dann eben auch die rückmeldung bekommst ich meine das ja was du kannst sie natürlich doch ein bisschen durch alles durch noch mal wälzen aber das ist super mühsam und so einfach zu sehen oder also ja das sind alle genau gleich oder auf der anderen ecke so oder habe ich irgendwie eine einzelne meinung zu dem thema scheinbar und komisch also ist auch dass das total hilfreich irgendwie oder als als super man ist ja unser anders lieblingsthema ist das ein super reflexionstool auch also in dieser in der in der größe von du siehst was andere ausgewählt haben was die prozentzahl ist kannst du nämlich genau auf diese fragen kommen mit er stimmt ja aber spannend wieso sehe ich das so differenziert zu den anderen oder man was halt viel einfacher ist es eben okay da stimmen wir alle zu man selbst da kann man ja was positives rausholen wenn man jetzt quasi die ebene wechselt dann ist ja dann für was ich strategie oder führungskräfte ist ja das genau das gute wenn es dann heißt oh da stimmen alle zu dass wir hier eine änderung brauchen und ja ich finde diesen reflexions punkt finde ich super wichtig da denkt man gar nicht an dass so ein tool das auslösen kann weil ja du machst ja von der befragung und das war es ja es wäre wirklich die spannende frage wer diese fragen gestellt hat weil was ist ich wenn also das weiß ich eben nicht also ja also wenn wenn wie wenn es aus dem haus kam dann ja aber die frage ist halt also weil keine ahnung ja da gibt es unsere fragen wie was ist ich habe ich habe ich habe ich mittel hier also sind wie englisch aber habe ich alle hilfsmittel um meine arbeit zu machen da haben noch sehr viele ja gesagt und dann irgendwie so stellt mir mein manager alles zur verfügung was ich brauche oder irgendwie so und dann war schon deutlich schlechter ja klar aber so immer ein super fragen kombination ganz ehrlich weil es ist ja das geht ja genau in diese team management sache die wir ja auch oft sagen ich meine du bringt halt wenig wenn alle tools vorhanden sind wenn du zum beispiel nicht alle informationen über irgendwas hast hast du alle tools auch unser lieblingsthema mittlerweile was soll ich tun ja 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 also dieser paar zum glück ist das nicht stimmt eigentlich auch nicht naja war nicht das steckenpferd gerade aber aber dieses thema mit wir haben nicht alle informationen die wir brauchen war das ist auch ganz tief drinnen glaube ich in manchen in manchen nennen wir es mal führungskräften zu sagen weil ich wollte überlegt ob ich mensch oder oder führungskraft sagt dass das das war so ein bisschen die überlegung führungskraft das trifft es glaube ich da besser weil das ist halt als mensch hast du ja nie so ein szenario wo du einfach eine eine entwicklungsweg hast wo es dir klar sein muss dass muss halt die die dort beteiligt sind dann musst du einfach alle möglichkeiten geben dass sie dort hinkommen und das ist halt überhaupt kein also das ist ja nirgendwo in einem empowerment gedanken drinnen dass du okay gebe ich nur 30 prozent weil dieses 70 hey wenn sie wenn sie die schaffen dann haben sie sich super toll entwickelt das ist ja katastrophal also wirst du nie ein ziel erreichen ich frage mich ja auch ich meine auf der einen seite natürlich klar es kann irgendwie passieren dass man wie soll man es jetzt nennen du hast nicht daran gedacht sogar es ist dir wirklich runtergerutscht ja also keine ahnung du warst irgendwie mit dem kunden in einem gespräch aber der führungskraft oder dem dem team ja dem projektleiter führungskraft was auch immer es halt ist ja war in einem wichtigen meeting oder so und da sind irgendwie fünf sachen besprochen worden und hat halt irgendwie nur drei oder vier davon weitergetragen könnte man irgendwie argumentieren ja es passiert oder hin und her aber auf der anderen seite kannst du überhaupt nicht argumentieren weil das ist das ist die einzige wichtigste aufgabe ja du musst ja quasi also es ist ich weiß ja auch du hinaus wolltest aber geht halt nicht ich wollte es eh gerade sagen also was genau willst du argumentieren wenn du hockst in dem meeting drinnen jetzt ist das nicht merkst dann dann für dein protokoll oder nehmen wir mit dass ein protokoll führt oder was auch immer ja und dann gehe draußen dann verteilt die informationen aus dem ding heraus ja also eigentlich ja es tut mir fast ein bisschen leid jetzt zu sagen was habe ich vergessen ist eigentlich brutale themenverfehlung in deiner job description das ist einer der wenigen dinge wo du halt nicht du kannst halt nicht argumentieren dass es dir runtergerutscht ist weil wieso bist du dann dort dann schaffst du es dann sei halt nicht dort dann ja oder nimm andere leute mit das ist vielleicht noch mal das andere ja ja klar ja das ist ja aber das würde ja noch mal eine andere reflexionsebene verlangen dass du weißt dass du was wir ja auch oft genug sagen dass das ja so spannend ist in meetings auch dass du diese rollenverteilung einfach nie im blick hast man macht doch sei doch nur moderator und nimm irgendjemanden mit der nur protokolliert nimm irgendjemanden mit der nur kritische fragen stellt oder verteilt die und dann schau was passiert also es ist ja nicht also kann ja nicht irgendwie schaden nein es kann gar nicht schaden und es ist man würde eigentlich meinen dass heutzutage über sowas doch schon so oft geredet worden ja ich meine dass das schief gehen wird wenn du gleichzeitig der moderator bist irgendwie probierst selber deine notizen mitzuhaben gleichzeitig der typ ist der die kärtchen auf die wand pickt oder das whiteboard bedient oder ich weiß nicht was durch die folien durch klickt und dann irgendwie probiert ob du den richtigen zeitpunkt für den sale irgendwie mit mit selber im hirn halt hast und ja sicher gibt es leute die das können das sagen wir immer ja ja sicher gibt es irgendwelche wunderwutzes da draußen die die bringen das alles problemlos zusammen kein thema aber die chance ist halt groß dass du halt leider nicht zu einer bist ja ich meine wenn wir in den sport blicken dann sind das ja lässt sich das ja wunderbar als metapher irgendwie machen es halt ja es gibt halt einen michael jordan punkt heißt nicht dass quasi jeder basketballspieler dann genau die dinge schafft wie der beste basketballspieler aller zeiten und darauf dann irgendwie etwas zu bauen wo halt ja auch unheimlich viele menschen dranhängen das ist ja das ist ja nicht so dass du quasi nur für dich selber dann in einem meeting bist und sagst so aber hoffentlich habe ich mir alles gemerkt damit ich selber dann meine aufgaben erfüllen kann nein denn 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 einzige rolle ist es sinnvoll informationen zu koordinieren dass fünf menschen die dranhängen erfolgreich ihre arbeit machen können damit ihr gemeinsam als sechs menschen ein ziel erreicht da kann da kann das kann ja dann nicht sein dass du sagst nein ist egal ja habe ich mir nur drei drei gemerkt drei infos das das haben wir ja schon tausend mal gesagt und und ich glaube mein aktueller chef hat das schon mal ein paar mal so schön gesagt ich kann es jetzt sicher nicht so gut wiedergeben aber so sehen wir es ja irgendwann wirst du halt nicht darin gemessen ob es du gute arbeit machst ja sondern es geht einfach nur darum ob du es zusammenbringst dass das dein team was dahinter dir irgendwie das können hundert leute sein das können tausend leute sein was auch immer ja ob du das auf die straße bringst mit dem team gemeinsam also eben gar nicht der aspekt dass du das auf die straße bringst sondern du sollst alles in deiner macht stehende tun dass die anderen arbeiten können und vielleicht sind da noch drei ebenen dazwischen die unter anführungszeichen genau selben job description haben dass die anderen arbeiten können ja und und joko sagt dann immer so seine frontline troopers oder so also ja das hinterländ wieder leute die die in der fabrik weil sie nicht am bahn stehen oder oder deine sales leute die halt wirklich was verkaufen oder oder was auch immer leute die in die tasten hauen also es gibt ja so viele möglichkeiten aber das ist deine einzige aufgabe wie du so schön sagst ja dass du dann ganz oben stehst und in einem wichtigen meeting drin warst und niemanden anderen irgendetwas sagst nachher damit du alle diese informationen für dich harten kannst und alle von dir abhängig sind und alle nur darauf warten und betteln komm sagst du uns vielleicht mal was wichtig wäre das ist wahnsinnig da wäre ich so richtig laufe ich richtig in hochform ja das lustige daran ist dass man ja das ist halt dann hast du nicht verstanden was eine führungskraft macht also wenn du wenn du nicht diesen ultimativen punkt mit dem deine deine organisation oder dein team oder dein was auch immer anführst mit diesem klassischen extreme ownership nämlich als führungskraft musst verantwortung übernehmen wenn irgendjemand der am bahn steht ein fehler macht ultimativ musst du das so machen weil woran liegt es dass die da haben ja glaube ich auch schon oft drüber gesprochen über diese interessanten szenarien dass man dann sagt okay aber woran liegt das dass die person den fehler gemacht hat uhrs führungskraft muss quasi erstmal nachdenken war die dort richtig war sie gut genug ausgebildet war sie zu müde woran liegt es dann dass sie zu müde war braucht sie mehr urlaub braucht sie mehr entlastung was die fortbildung wie kann das sein und wenn du das mal irgendwie vor lebst und sagst okay war quasi bei mir dass ich das so koordiniert habe diese person das machen muss dann wird nämlich früher oder später diese unterste ebene genau das gleiche auch mit tragen können und sagen ja stimmt und die beispiele habe ich oft schon besprochen so ja stimmt es gibt einen bereich den da bin ich nicht gut hey ich möchte fortbildung machen in dem bereich oder hey ich brauche ein bisschen pause weißt du was dann werde ich transparent kommunizieren hey ich bin jetzt irgendwie seit einem monat in überstunden ich brauche mir irgendwie ausgleich dann bin ich wieder on top und kann quasi meine leistung bringen ist ja nicht so schwer also ja immer meinen dass wenn du es mal so weit schaffst in einer führungsposition dass das zum zum grund setup gehört vom verständnis ja gehört es definitiv es ist halt ich meine ja reflexion ja ich meine das ist das stichwort ja und und wenn du wenn du dort nicht drinnen bist oder das noch nie erlebt hast so ungefähr und und nur eine richtung gibt und und jeder widerstand ist da war letztens boah puh in deinem buch das war richtig gut so quasi also kann jetzt nicht mal super gut wieder geben also die idee war irgendwie wenn du nicht kapierst dass andere leute andere ideen andere stärken andere schwächen andere überhaupt das ist die das hirn halt ein bisschen anders funktioniert dann kannst du einfach in deinem team widerspruch sprich eine andere idee einfach nicht nicht akzeptieren ja weil die andere idee steht immer im gegensatz zu dir irgendwie fehlt mir so ein bisschen die brücke wie also das argument warum man von a nach b kommt aber aber quasi zum verständnis warum so viele führungskräfte gibt die quasi jede jeden gegenvorschlag bekämpfen mit wie wenn es der untergang jetzt wäre weil einfach das kritik an der person sozusagen viel zu schnell hat also übergeht also nicht irgendwie so hey cool so eine idee hast und lass mich über die mal nachdenken sondern wie jetzt ich habe gesagt wir gehen ein meter nach vorne dann gehen wir ein meter nach vorne wenn du jetzt sagst aber dort ist irgendwas oder gehen wir doch ein bisschen mehr nach links dann dann kannst du das quasi nur als kritik an dir selber aufnehmen und dann dann stellst dich auf die ecke einfach auf ja weißt du was da der 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 eine begriff ist den haben ich glaube schon ein paar mal besprochen ego du kannst jetzt für uns gehabt nicht reingehen und sagen so hey ich bin der größte kapazunder und ich kann alles ich weiß alles ich die richtung die wir einschlagen ist 100 prozent die richtige weil dann wird das immer so sein deswegen ist ja finde ich diese 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 metaphern ja so schön die wir auch immer wieder erwähnen einfach nur das bild quasi einer führungskraft ist es eine führungskraft die person die vorne steht und hinter ihr die gruppe oder das team oder ist eine führungskraft die die hinter der gruppe steht und quasi die gruppe pusht und empowert tendenziell wird die die führungskraft die sich vorne stehen sie sieht die wird das halt nicht zusammenbringen weil da ziemlich das ego dominiert und sagt ja klar bin ich vorne wer soll sonst vorne sein ich kann ja nicht hier hans gruber irgendwie nach nach vorne stellen weil wieso ich bin die führungskraft ich muss vorne stehen wenn wir schon bei bildern sind ich finde noch immer das schönste bild ist irgendwie quasi den erfolg ans team zu geben und die und und die ganze scheiße verantwortung dafür zu übernehmen ja hat irgendwas mit power wer ist das glatt irgendwas irgendwie so ein etwas mit fenster war war so der stil sozusagen dahinter ja weiß ich jetzt leider nicht mehr aber aber quasi das ist genau der punkt der wenn irgendwas gut läuft dann kann es einfach sagen ja super das hat der franzi gemacht tolle geschichte hat er super das super organisiert und so und ich meine das ist ja oft genug ja dass irgendwelche leute da irgendwas ist gut gelaufen irgendwer sagt ja super danke i wanna thank my hair war mal so eine lustige werbung ja und 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 dann mittlerweile da reißt es mich immer schon so richtig ja wenn irgendwie wer was sagt das was gut gelaufen ist und und dann eben wie du sagst ja da die führungskraft oder zu dem projekt oder was auch immer bedankt sich sagt ja danke habe ich gern gemacht und dann setze ich wieder nieder so ungefähr ja das ist immer deswegen wie immer ich denke so viel an einfach das verständnis aus dem leistungssport was wir immer sagen dass wenn du das hast oder wenn du da erfahrungen hast dann hast du so einen anderen blick auf dinge weil du halt einfach das vielleicht selber sogar durchgemacht ist wenn wir jetzt wieder das beispiel im football nehmen wo du kannst sein quasi head coach cheftrainer dann hast du vielleicht einen trainer unter dir deine position coach und dann gibt es dort quasi spieler die diese position spielen und wenn man da dieses bild weil wie du jetzt die beispiel gesagt dass da habe ich halt das irgendwie noch mal so durchgedacht rein praktisch und sowas eben wenn du das sinnvoll machst als als führungskraft dann 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 ist das einfach klar dass wenn ein spieler irgendwo einen fehler macht dann gehst du nicht hin und und dies den spieler und sagst ja was ist mit dir los sondern du sagst und sorry punkt zwei du gehst nicht zum trainer und sagst du hey wieso kann der spieler das nicht sondern du als führungskraft sagst okay ich muss den den trainer unter mir besser einweisen dass er weiß wie er mit den spielern unter sich umgeht und gleichzeitig ist wenn dann der spieler gut ist kann sein bei der spieler ist ein wahnsinn dass da das hast du echt cool gemacht und klar kannst du natürlich wird es natürlich im sport natürlich ganz interessant weil du natürlich schon zum trainer auch sagen kannst hey super coaching hey du hast quasi unter dir das wieder hinbekommen aber das ist ja wieder eine andere stufe aber es ist ja wieder ego du kannst dann sagen hey den fehler muss ich auf mich nehmen irgendwo habe ich was nicht sinnvoll kommuniziert irgendwo müssen die leute besser angeleitet werden und wenn irgendwas cool ist sagst du hey der spieler hat das gemacht hey der trainer hat den so gut vorbereitet wahnsinn ja und ich meine dass das das freuen sich alle unter anführungszeichen ja es kommt gutes licht raus und und hin und her und und am ende des tages jeder hasst leute die die einfach quasi raus gehen und ich wollte es übrigens noch mal ganz ganz vorher wollte ich das schon sagen aber es passt jetzt zu deinem beispiel auch genau dasselbe wenn irgendetwas schief läuft es ist so ein klassiker wie fünf mal warum fragen bringt dich relativ oft zu dieser frage hin irgendwie durch vor das beispiel mit dem mit dem arbeiter macht was kaputt oder irgendwie so ähnlich gesagt ja warum ist das kaputt geworden mag vielleicht die erste frage sein man muss ein bisschen vorsichtig manchmal sein aber man darf nicht immer alles zu sehr zercoachen so ungefähr okay warum ist das hin worden ja weil es mit der maschine reingefahren ja passt wieso ist die maschine reingefahren ja weil keine ahnung ja aha er war müde wieso war er müde ja weil das was nicht die dritte doppelschicht war denn sowas wieso macht der selbe typ die selbe dritte doppelschicht was das bei uns überhaupt geht ja aber ja weil wir haben keine ahnung gerade urlaub ja wieso haben fünf leute gleichzeitig urlaub und nicht nur zwei und weißt du und mit fünf mal super habe ich nicht erfunden ja mit fünf mal bis im normalfall dort und und das ist die antwort dann also auf der das habe ich auch letztens du weißt wir haben einen neuen vice president für für engineering und und er hat auch irgendwie gesagt ja er findet das total faszinierend er hat ein bisschen das gefühl dass nicht immer die root cause angegangen wird ja und und das ist das ist dasselbe thema also irgendwie du kannst sich mal die frage stellen okay warum ist das so gewesen was könnte man machen ja wir könnten da irgendwie einem typen sagen er ist dafür verantwortlich dass es funktioniert oder du könntest halt noch vier mal warum fragen also fünf mal vier mal haben und dann landen einmal war ja schon der aber selbst aber soll ja ganz kurz da ist ja der erste fehler schon naja aber er hat die verantwortung ich sage nur das ist ja das ist ja auch dazu wo man wo man sein kann sorry die verantwortung hast du der über dem menschen steht du kannst nicht quasi schon bei der ersten warum frage sagen aber das ist seine verantwortung also nur quasi um um gedanklich dem konzept schon näher zu kommen ist bei jedem warum musst du halt selber also wenn man das so als stufenprinzip irgendwie aufzeichnet dann ist jedes warum führt halt auf dich als führungskraft zurück du kannst ja sagen naja er hat das schlecht gemacht also bleiben wir bei dem beispiel band arbeit oder irgendein fehler passiert du kannst halt nie sagen bei egal welcher warum stufe naja aber er hat die verantwortung für erst schuld was ich meine sondern es kommt ja immer durch diese warum fragen dieses bleiben wir wieder bei dem irgendein mensch hat drei doppelschichten dann kommt ja diese warum frage kommt ja trotzdem als führungskraft auf dich zu wieso ist der eingeteilt zum beispiel für drei quasi schichten und dann ist nächste warum frage naja weil alle auf urlaub sind naja wieso sie wieder führungskraft thema mit wie kann das sein dass dann alle fünf auf urlaub sind aber ich finde das schon eine spannende frage weil ich habe das gerade in einem neuen konzept was ich habe was ich irgendwie so strategie tag oder so ähnlich nennen möchte wo da geht es auch führungskräfte aber mehr um unternehmer eigentlich und dort würde ich schon habe ich so die idee von von einem organigramm du baust quasi ein organigramm auf okay das sind so die positionen die es gibt vielleicht gibt es die menschen dazu noch gar nicht dass die diesen vielleicht unbesetzt aber dann musst du es als unternehmer halt wahrnehmen bis das der fall ist und warum ich das so wichtig finde ist um zu sagen okay du bist an dieser stelle da und bist verantwortlich dafür dass ich sage jetzt ein lustiges beispiel dass die boden aufgeböden aufgewischt sind ja und dann und das ist deswegen wichtig weil wenn ich dann irgendwann einmal als firmanchef oder wie auch immer ja durch die die halle gehe und und der boden ist dreckig dann kann ich zu dem typen hingehen und kann ihn fragen warum sind die böden nicht sauber weil es ganz klar ist dass er dafür verantwortlich ist dass die sauber sind was ich meine klar aber dann ist ja trotzdem wenn wir dann bei diesen warum fragen sind musste ja trotzdem selber beantworten weil du ja durch diese dieser w fragen kommt zu dem problem ja näher das was ich meine also nehmen wir dann das beispiel auf mit okay die böden sind nicht sind nicht sauber du weißt wer dafür verantwortlich ist aber und du fragst ihn warum nicht dann was sind die gründe die er dann sagt er wird sagen hey keine zeit hey warum hast du keine zeit ja weil ich weil weil die räume 1000 quadratmeter haben und ich habe nur fünf stunden warum hast du nur fünf stunden weil ich quasi noch fünf andere aufgaben auch haben die ich machen muss warum hast du fünf andere aufgaben die du auch noch machen muss in einer bestimmten zeit also ich finde ja die konzepte passen ja zusammen also ich wollte sagen beide passen die zueinander und und das eine ist also die überschwingende klammer für alles und und die die auch wieder so der weg zurück an die spitze ist und das andere ist im ersten moment könnte man argumentieren dann wäre es auch deine verantwortung gewesen zu sagen hey du bist dafür verantwortlich und du hast die zeit nicht da wäre jetzt genau der richtige zeit gewesen zeitpunkt gewesen zu mir zu kommen und zu sagen hey ich bin dafür verantwortlich dass diese scheiß böden da sauber sind aber ich bräuchte noch was auch immer anders gemacht damit das klappen kann so quasi genau das wollte ich sagen dass ja was man was man nie vergessen darf ist das ist extrem ownership geht halt auf beiden ebenen aber der wesentlichste punkt ist du als führungskraft musst extrem ownership verantwortung übernehmen vorleben sonst wird das niemand machen unter dir du kannst nicht quasi selektiv verantwortung übernehmen und dann unter und ich dann wundern wieso der mensch halt nicht zu dir kommt und sagt so hey sorry ich bin zeitlich komplett überlastet deswegen habe ich den bereich nicht geschafft das wird halt das wird kein 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 team mitglied wird das von alleine machen das passt ja wunderbar genauso zu diesem ganzen befragungsthema ist keine organisations oder keine team zusammenstellung hat von hause aus so ein vertrauen und offenheit zueinander dass du halt in deiner zweiten woche zur führungskraft jetzt nur sagst du hey sorry das schaffe ich nicht das musst du halt schon menschlich so ein bisschen entweder absolut irrational selbstbewusst sein dass du einfach sagst in der zweiten woche wo du in der probezeit bist und einen job nicht verlieren willst dass du dahin gehst und sagst so hey sorry habe ich nicht geschafft das wird das wird niemand machen sondern das sind halt alles dinge die musst du halt in der kultur aufbauen und wenn du es nie machen willst wir wirst dann ist das eigentlich der brutalste teufelskreis weil dann wird niemand die ehe verantwortung übernehmen und das ding ist ja aber du hast doch gesagt du machst das ja ich ich habe ja sorry ich habe keine zeit ja bist du nicht gesagt dass du keine zeit hast ja mir fallen da zwei sachen dazu also erstens das ist genau der grund warum ich das so wichtig finde dass man organigramm hat und das im zweifel schon wenn du vielleicht sogar noch gar keine mitarbeiter hast oder gerade ein oder zwei einfach um so eine vision und da anfangen sich auch mal hinzustellen und zu sagen erstens ich seine jemanden und der hat dann genau diese aufgabe und nicht da sind wir dann einer mehr und dann machen wir trotzdem alle alles und zweitens erinnert es mich fürchterlich an das hast du mir vor ein paar wochen irgendwann erzählt so aus dem micromanagement heraus so quasi wenn wenn dein chef dreimal die woche zu dir kommt und sagt hast du eh schon nachgefragt dass dieses und jenes jetzt reinkommt das ist halt im zweifel uhr es zeigt halt wieder mal wie soll ich sagen wo das problem dann herkommt weil klar weil du du hast dann gesagt ja wieso soll ich dann nachfragen wenn das quasi ausgemacht ist dass ich das am mittwoch kriegt dann erwarte ich dass das am mittwoch kriegt ich das krieg und ich sage als antwort darauf eben ja eh klar wenn du irgendwie einen chef hast der totaler mikromanager ist dann na logisch sagt er dann hundertmal das brauche ich das brauche ich das brauche ich und ich glaube die antwort ist du hast dann eine was sie sich du hast dann ein team an leuten und diese leute denken sich wahrscheinlich so naja also bevor er nicht fünfmal sagt dass er das braucht kriegt das sicher also tue ich einmal interessiert das niemanden irgendwie so so in die richtung also es ist es ist total spannend ja was sind da so was sind da so an praxis irgendwie über den weg läuft wenn man wenn man wenn man genug coaching irgendwie auf der ecke sieht und macht und und hört halt was da so herumgeistert in der im leben ja also dieses paar das ist reflexion mikromanagement und ich weiß nicht was gibt es noch was drittes oder so die die triade des wahnsinns in narzissmus vielleicht noch genau aber das sind halt also toll fürs kreis dinge wo halt eine befeuert halt immer das andere und zieht das ganze noch mal weiter runter und macht das halt nur schlechter das ist wo ich mir dann gedacht habe aber jetzt in den letzten wochen schon wieder daran gedacht weil ich überlegt habe wie man bestimmte irgendwie führungsprinzipien halt so so klein wie möglich und anführungsstrichen runterbrechen kann wenn man mit jemandem beginnt irgendwie weil wir haben ja gesagt gerade für für neue führungskräfte die halt noch nicht wissen die er noch nicht wissen im sinne von was macht was denn überhaupt eine führungskraft ich bin jetzt das erste mal da haben wir schon vor einiger zeit über über führungsprinzipien oder blödsinn führungsphilosophie gesprochen was ja wieder ein bisschen eine andere sache ist und ich habe dann die ganze zeit überlegt naja was wären so die ersten zwei dinge die ich menschen sagen würde was sie sich quasi auf ihr whiteboard mal hinschreiben sollen wo sie hinarbeiten und das waren echt zwei dinge eben verantwortung übernehmen in quasi 100 prozent ein bereichen super easy zum erklären und das andere ist einfach was mit vorhin schon hatten in allen dingen absolute transparente kommunikation nur die zwei dinge die ja wie gesagt auf dein whiteboard schreibst und da jedes mal drauf schaust ist so okay habe ich jetzt für alle schon verantwortung genommen habe ich alles kommuniziert und der punkt ist ja da geht es ja auch um quasi nachfragen informationen für dich da ist ja nicht so dass man dann sagt so ja aber du als führungskraft muss halt allen alle infos geben sondern da ist ja du musst alle infos bekommen auch und das geht halt nur wenn dieses ganze quasi reziprok transparent ist darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen mit stelle vor du bist eine führungskraft die die sagt da ich gebe meinen mitarbeiter nur 30 prozent damit sie hier 70 prozent selbst wachsen können stell dir da mal vor wie die mitarbeiter dann über einen längeren zeitraum wie sich das auf die nachhaltigkeit der prozesse auswirkt wenn die antwort ist einfach frust oder ich würde sogar noch interessanter wenn du da nämlich in dem frust quasi im praxis umsetzt dann heißt das ja okay er sagt mir nur 30 prozent dann muss ich mir auch nicht alles sagen dann mache ich einfach meine meine arbeit so gut ich kann und beim anderen sage ich hey sorry so habe ich dann nicht gesagt dass wir da schon fertig sind naja haben wir da schon gemacht haben wir die lösung gefunden das ist ja so eine toxische kultur die entsteht darum bin ich übrigens immer ein fan das habe ich glaube ich gehört vor nicht ganz 25 jahren also wirklich schon schon tausend jahre her und das ist die xy-theorie von mcgregor und die sagt und da beschreibt er einfach diesen teufelskreis von zu enger führung also eng ich glaube gar nicht dass enge führung jetzt das richtig ist also dieses mikromanagement nicht vertrauen ich glaube das ist so der haupt dinge dieses du vertraust nicht dass die mitarbeiter das zahn bringen irgendwann denken sich die mitarbeiter ja er weiß also und dann hat er noch nicht dreimal logiert ja dann wird es nicht so wichtig sein und der andere denkt sich dann es ich kann sagen was ich will und das kommt nie zurück so quasi und gibt es noch tausend viele schönere beispiele aber das ist dann so ein teufelskreis und wenn du in der spirale drinnen bist dann du sie bist nur mehr idioten und und sie denken sich was für ein und katastrophe und im gegensatz und da habe ich dann eben dass das den engelskreis sozusagen auch dazu gebaut ja um dann halt zu zeigen ja das was choco halt predigt so quasi das ist die die gegenantwort ja also einfach übernimm verantwortung setz vertrauen in deine leute nicht naives vertrauen sondern gib ihnen einfach immer mehr vertrauensvolle aufgaben und lass sie daran wachsen arbeite an deiner haltung arbeite an deiner reflexion die die habe die mission selber im vordergrund alle diese diese ganzen fragen und bordet welch ganz kribbelig wie du gesagt dass du überlegt wie was wären so die ersten zwei sachen ja so leadership academy sage ich nur auf der ecke also einfach passt wäre wirklich spannend sich da mal professionell quasi gedanken zu machen und das mal einzutüten was noch ein hot take ist den ich mir jetzt gerade überlegt habe ich weil letztens schon ein paar mal immer wieder natürlich wenn man so leadership literatur klassisch liest und nicht nicht ich sage ich logische literatur und organisationstheorie und sowas wo man ja genauso gute und wichtige input so ausbekommt aber halt aus einer anderen perspektive wo aber wiederum klassische leadership literatur ist finde ich ein bisschen tricky also jetzt ältere ich sage es gibt viele moderne joko zitieren wir auch genug aber joko ist halt für mich ein das sind halt philosophisch solche prinzipien drin die moderner sind an sich oder einfacher verständlich sind und mein hot take ist jetzt weil ich eben auch überlegt habe wie 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 kommt man so schnell und so präzise wie möglich an diese kernpunkte wie verantwortung und transparenz und wenn man in der literatur hat aber sagt ja aber dass das kann ich baue ich baue nämlich auf wenn du nämlich in der literatur schaust dann hast du ja sowas wie laissez faire oder was weiß ich mir fällt jetzt auch der der gegenpart dazu nicht ein dass wir ja quasi micro management ja genau genau aber für mich ist das noch immer also mein hot take ist dass man sowas glaube ich nicht mehr braucht in der kommunikation bei führungskräfte entwicklung der hot take wäre dass es wertlos ist in 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 gerade mit neuen führungskräften in dieses grundlagen und anführungsstrichen grundlagenwissen zu gehen und zu sagen naja du kannst einen laissez faire führungsstil wählen weil so wird das ja kommuniziert es wird ja es wird ja gesagt du hast du wie ein autoritären buffet genau du kannst sagen naja wir haben halt diese reichweite von du kannst ein autoritärer führungsstil oder kannst laissez faire führungsstil sein und dann irgendwo dazwischen wirst du dich bewegen wo ich mir denke was wieso sollte ich je das als quasi coaching tipp zum beispiel geben wobei man auch sagen muss das ist halt 20 jahre alt sozusagen aber aber 25 wahrscheinlich genau und dann sagen wir aber wie viele leute das schon gescrapt haben mittlerweile ja vor allem ich meine noch dazu was ja wirklich saulustig ist ich meine stelle ich mal hin vor deine leute ja heutzutage ja und und fange an mit ich bin gut old autoritärer führungsstil ja also da wünsche ich dir viel erfolg und viel spaß beim mitarbeitersuchen nämlich weil das könnte ein harter weg werden ja ich meine das ist einfach nicht mehr die zeit dafür ja das kriegst einfach nicht mehr mehr um die ecke aber wird er trotzdem noch gelehrt oder halt das wird darüber gesprochen das ist ja mein punkt gelehrt würde ich hoffe nicht aber es ist sicher noch weit verbreitet in manchen köpfen ja ich glaube da ist ein bisschen der punkt ja es ist einfach es gibt noch genug so ein bisschen verstaubtes denken auf der ecke so nach dem motto hat gut funktioniert aber ich hatte letztens wieder gesehen in so einer gruppe wo ich so ein bisschen drin bin ich kann die zahlen nicht ganz beurteilen aber irgendwie waren ja früher bei personalsuchen nie ein problem aber heuer haben sie schon seit seit jahres anfang haben sie schon 250.000 euro in in personalsuche investiert immer denkst du was habt ihr gemacht und ich meine ich weiß jetzt nicht wie groß die sind und ob die vielleicht hunderte leute im jahr brauchen geht und dann ist es recht verständlicher aber eine viertel million in personalsuche stecken und auch da glaube ich ich meine ja okay es klariert nicht immer alles so gut aber vielleicht einfach mal ein paar gedanken ein bisschen wie sagt man ein bisschen mitziehen ein bisschen mitdenken also keine ahnung ich habe da letztens eben auch wenn wir wieder bei dem thema unternehmer sind ja haben einfach darüber gesprochen so ja wie groß ist die chance dass es sich auszahlt dass du da einen lebenslauf erwartest und 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 dann anschreiben und hin und her und wie viele gute leute sind die durch die lappen gegangen weil sie sich einfach weil sie einfach nach der arbeit nach haus gekommen sind sich ausgebaut haben in der arbeit super müde auf der couch gelegen sind welchen wir so gar über linkedin oder was auch immer so drüber gescrollt haben also ja klingt eigentlich cool lebenslauf jetzt schreiben und wieder anpassen fix nicht und fertig sind wir ja und dann hat sich der leider nicht beworben und und das leben als 2023 wenn ich auf den kalender runter schaue und was genau bringt dir einen lebenslauf was du nicht innerhalb von einem kurzen gespräch herausfinden kannst ja ich meine also nicht der studiert hat oder nicht oder hin und her wie viele jobs ist das wirklich relevant da höre ich auch so viel verstaubtes jana wahnsinn letztens habe ich etwas gehört ja wir dürfen keine einstellen die matura haben weil das ist quasi überqualifiziert für unseren job und so und das so ja ich meine ja könnte natürlich passieren und wird sich vielleicht eine bezahlung dann aufhängen oder irgendwie so ja aber aber ich meine komische grund grundhaltung so ja schon oder das ist es sondern sondern so ein riesen schubladen denken so ja passt du hast diese und diese lehre gemacht schublade auf rein mit dir super da kannst du das und das man boah du hast matura ist ja wahnsinn also du wirst ja ein übermensch geradezu das in dem beispiel kann ich weiß nicht ob so relevant oder ob es oft passiert aber du hast ja genauso die die überqualifizierung auch wo du dann wenn du sagen wenn du die menschen nicht genug also analysiert die die du auf deine rolle baust dann wären die halt mega unglücklich weil das ist das ist dann vielleicht jemand da der hat halt vielleicht schon mehr verantwortung gehabt hat vielleicht schon andere skillsets und dann kommt die person halt in eine in eine rolle die halt halt für jemanden mit matura quasi sag ich mal gereicht hätte aber weißt du was ich meine also das spannende ist dass es geht ja beides du kannst du sagen na es muss irgendwas mindestens muss es geben und dann gibt es aber das gleiche mit na das reicht und dann kommt halt jemand der halt viermal so gut ist und dann nimmst du das passt schon also wieso solltest du das selber antun das ist ja nicht einmal gutes business du bezahlst der person dann ja 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 wozu ja also ich weiß gar nicht wie es auf der bezahlecke ausschaut aber ich habe das jetzt schon so oft gesehen wo wo ich mit anlauf gesagt also wo ich gesagt habe heißt nicht böse sein der wird weg sein in zwei monaten oder spätestens in drei weil ich mein ja das sehe ich doch mit freiem augen ohne dass ich einmal mit dem gesprochen habe dass der für den job also ich über qualifiziert ist ein blödes wort aber ich sehe einfach nicht geeignet es gibt ja andere jahres und erfahrungen ja nicht irgendwie nur weil du die stelle baust dann dann du musst ja trotzdem jemand das ganze personalgewinnung ist ja ja doch jetzt gar nicht zu sehr rein weil das halt auch finde ich so euch mir noch irgendwie zwei stunden weil es so einfach erscheint mit schau dir doch bitte sein skillset dann überlege was dafür ein skillset für die rolle notwendig ist und nimm halt nicht erst beste person wo du nicht einmal also wo du weder lebenslauf noch anschreiben genau anschaust sondern du verlangst es nur qua formale ja bitte wir brauchen ein anschreiben das ist das ist das ist der beste buch gerade das ist wirklich der beste buch vielleicht hör mal auf mit dem der ist du hast gerade genau das ist genau der punkt da du brauchst einen cv du brauchst ein anschreiben und dann hat am ende des tages außer dass da vielleicht einmal wer drüber gescannt hat nicht einmal wer gelesen so ungefähr und dann ist so aber trotzdem verlangen wir es als hürde um irgendwie ich weiß nicht was zu beweisen ich habe dass sich die leute irgendwie motivieren und anschrecken erst der hatte vielleicht den ganzen tag sich sauber angestrengt oder nach was auch immer zehn stunden ist als fertig und liegt auf der couch interessiert das überhaupt nicht sich da jetzt hinzusetzen der wäre vielleicht genau dein mann oder frau perfekt für das was du da tun möchtest aber du hast irgendwelche sinnlosen sachen gefordert als hürde total willkürlich man könnte auch weiß nicht blumenkranz flechten oder so also erfordernis reinschreiben und dann das bringt überhaupt nichts das ist wirklich faszinierend faszinierend das sind das nur so ein rechtsfertig dass das wäre ein fall für fünfmal warum hat das eigentlich schon er weil dann kommen nur so ausreden wie ja aber wir brauchen ja und ja im konzern und ja so einfach ist das nicht und so was ist nicht einfach erzähl mal was nicht einfach ist lade ihn ein für einen schnuppertag macht sein telefonat nicht nur das sondern man muss ja auch dann die und damit kann man wirklich abschließen man muss ja dann auch die andere seite der der jeweiligen bewerber sehen und halt überlegen so wie du es gesagt hast entweder die person ist nach zwei monaten weg weil sich denkt das schlimmste ist was da passieren kann weil da hast du so viel zeit und geld reingesteckt zu dem zeitpunkt genau und und der punkt ist ja schon vorher nämlich im bewerbungsprozess das ist ja auch so eine und mir fällt jetzt dass das das richtige wort dafür nicht ein vielleicht noch am ersten hybris also unternehmensseite oder organisationsseite glaubst du nicht ernsthaft dass die person die sich bei dir bewirbt nur sich an einer einzigen stelle beworben hat und jetzt super happy ist dass sie in ein interview gekommen ist sondern du kannst du mal davon ausgehen dass die person sicher noch zwei oder drei geschedult hat interviews wo sie vielleicht sogar schon auch in der zweiten runde ist und dass kein argument ist dass du dann sagst du hier sie sind unter den top drei bewerbern weil die person selber hat okay und sie sind unter den top drei organisationen mit denen ich gerade spreche und ich habe das gefühl dass die seiten matchen sich überhaupt nicht gut ich meine da werden es ein paar grad munter weil halt die die kräfteverhältnisse sich ein bisschen geändert haben überraschung überraschung und ich kann vielleicht noch auch jetzt haben wir zum dritten mal das wort abschluss im kopf aber vielleicht vielleicht schaffen wir es dann wirklich ein kleines bonment sagt mir glaube ich noch hat mit einem mit einem kollegen gesprochen der hat und haben gefragt weil ich so mitgehört habe dass das eigentlich sein erster job jetzt ein wien ist weil er war vorher in budapest die ganze zeit und dann frage ich so also ja cool ich habe dachte du warst schon vorher da und und dinks aber also du bist direkt gekommen und dann hat er mal kurz erzählt wie es dazu gekommen ist ja irgendwie gedacht wien ist cool und ist praktischer und und besser und frau war auch dafür und hin und her und dann hat er sich beworben ich glaube bei zwei sachen also du sagst natürlich ja klar wirbt sich immer bei mehreren sachen was sonst dann hat er ihnen von einer woche glaube ich haben sind da zurückgerufen dann gleich dings bumms dings und hat gleich zum arbeiten angefangen und dann nachdem er schon ich glaube zwei monate hat er gesagt da gearbeitet hat haben ihn die anderen dann zurückgeschrieben ob er mal vorbeikommen möchte für ein vorstellungsgespräch und ich meine wie geil bitte dass du dir dieses talent das ist einer der wiefsten burschen bei uns von vielen wiefen burschen ja wie wie leiband ist dass du dir dieses talent entgehen lässt einfach nur weil dein prozess ist nicht zusammen bringt dass du irgendwie ein scheduling tool oder ich weiß nicht irgendwas hast irgendwie halbwegs normal dass zu einer vernünftigen zeit das durchscans ob das ob der typ in frage kommt und dann halt eine woche später das erste gespräch zumindest mal vereinpasst da und damit können wir jetzt wirklich abschließen wir reden ja nicht mal also was ja für uns glaube ich ein viel spannenderes level ist ist halt kleinere unternehmen oder startups und so was wo das ja tatsächlich massiv relevante prozesse sind wir reden halt nicht von einem unternehmen wo sich 120 leute auf eine stelle bewerben wurde halt viel technischer in details gehen muss mit wie scanne ich anschreiben wie scanne ich sie wie ist wen lade ich ein aber wenn du quasi ein start-up oder so ein kleiner mittelbetrieb ist dann kannst du mir nicht sagen dass du nicht schaffst zehn leute zu interviewen oder halt zehn leute in einen prozess zu bringen weil wie du sagst verlierst halt talente die halt dann vielleicht sogar zur konkurrenz gehen und dann ist halt so hey genau was du sagst du verlierst sie nicht deswegen weil sie nicht bei dir arbeiten wollten unterstelle ich jetzt einfach mal du verlierst sie einfach nur weil du zu fucking langsam bist weil du einfach nur zu langsam bist und war das würde mich urtrag machen und ich weiß gar nicht ob die das merken oder wissen ich meine vielleicht merken sie es nie weil es quasi ja oh ja ich meine ich meine die zweite rate abbekommen du wirst es ja nie merken also ich meine weil du du bist ja dann nie in der richtigen na ja witzig ja na ja es ist erschreckend ist wirklich erschreckend und ja öfters warum fragen ich glaube das kann man heute ein bisschen mitnehmen ja das auf jeden fall das ist das gut ist ja passt ja dann gut nächsten mal bis zum nächsten mal tschüss nächsten mal tschüss